Während der Eitatsch hier auf sein Ärmchen guckt, wie so auch immer, gehe ich jetzt auf Wanderschaft heute in der Folge und kloppe mal ein paar Bäume kaputt, dass wir hier eine kleine Basis aufbauen können. Geht's noch nicht auf Wanderschaft? Doch, ich geh jetzt hier nebendran. Du musst jetzt erstmal das Holz annehmen. Denn wir brauchen das Holz und wir brauchen das Fetch und wie das alles heißt. Das guckt gut nämlich auch mal. Ja, das kannst du machen, ich habe genug bei mir. Dann haue ich nämlich mit der Bitzhacke noch ein bisschen auf die Bäume ein. Ich mache nämlich jetzt gerade nochmal... Oh, ja, schluss. Oh, es fliegt. Fint ist stein, hm? Ja. Warum ist das losgegangen? Schnell. Okay, was brauche ich denn alles für das? Ich brauche noch Fiber. Hast du noch Fiber? Äh, ja, 16 Stück. Geil, willst du die mal kurz droppen? Äh, ja. Drop den Scheiß, komm, drop den Scheiß. Dankeschön. Weil, jetzt kommt's nämlich. Jetzt baue ich nämlich erstmal ne Deck Foundation. Das wird so schön. Oh, da brennt's. Schade, dass man nicht sagen kann, ich mach nur ein Holz da rein. So, wo soll ich denn am besten hinbauen? Hier ins Grüne, oder? Am besten. Hier. Hier ins Grüne. Hier ist gut, oder? Guck mal. Oh, wie schön. Und jetzt crafte ich das hier. Das brauche ich dreimal und zweimal und einmal das, okay? War ja klar, dass ich nicht mehr genug Ressourcen habe. Ja, das ist hier in dem Spiel, ne? So, wo wollen wir denn die Türen haben? Äh, Südseite. Südseite, du bist so ne Pfeife, wo sind die Südseite hier? Was heißt ich? Guck mal her. Die ist da grad stehen. Ja, ich komm gleich. Sag mal, wo ich hinbauen soll. Wobei, ich könnte ja mal hier... So Feuer ist immer schlecht. Ich würde mal sagen, mit dem... Zum Hügel brauchen wir keine Tür, oder? Äh, ne, ich denke nicht. Ich bin tired. Hast du ein Bett? Nein, noch nicht. Dafür fehlen mir noch ein paar Dodos. Und zwar, genau gesagt, fehlen mir dazu... Ja, noch zwei, drei Dodos. So, was fehlt mir denn? Was bräuchte ich denn noch alles? Hier brauche ich Fiber. Fiber. Okay. Ähm... Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Geh mal ein bisschen sammeln. Wie sieht's denn essenstechnisch? Essen und Wasser? Ah, das sieht gut aus. Ja, das sieht dich noch aus. Ja, das sieht doch aus. Das sieht doch aus. Das sieht doch aus. Ich renne mal kurz hier hoch. Wir sind jetzt so langsam auf dem Weg, dass wir relativ sicher sind. Zumindest mal für die ersten Schritte. Ich glaube, wenn wir hier mal so eine schöne, sichere Basis haben, mit der wir arbeiten können, glaube ich, dann macht das Ganze schon ein bisschen mehr Pfann. Und dann starten wir von dort aus auch unsere Exkursionen ins Landesinnere. Wir sind ja... Wie so oft, wenn es ums Überleben geht, erst mal am Wasser. Ja. Ist ja eigentlich nur logisch, ne? Sicher. Ja. Also, ich habe noch nicht gemacht. Aber du könntest einen... Könnte einen machen. Könnte eine weiße Fahne machen. Ich weiß auch nicht. Oh, eine Wood Foundation. Aber da fehlen mir die Pfeibers für. Ah, verdammt. Ich glaube, ich warte mal auf die Wood Foundation. Oder? Ähm. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich denke mal. Ein Dach bin ich. Braucht kein Mensch. Campfire braucht auch kein Mensch. Da ist eine Pistole. The Required Level 10. Aha. Level 10, Level 10. Also, das nächste ist Level 10. Welches Level bin ich jetzt gerade? Brauchst du eine Stone Peak, zufälligerweise? Ich bin jetzt gerade... Warte mal kurz. Ich bin jetzt Level 5. Also, vielleicht wäre es mal ganz gut zu sparen, oder? Ja, dass man nicht gleich alle seine... Weil ich bräuchte jetzt noch ein Level. Dann könnte ich mir zumindest mal eine Wood Foundation und eine Wood Wall bauen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Äh. Was fehlt mir denn hier noch? Mal, Fetch fehlt mir. Okay. So. Hätten wir das. Dann baue ich hier mal zu. Ich bin auf der Suche hier nach Fiver. Ja. Ja, mach da mal. Jetzt habe ich mich gefunden. So. Wo habe ich es denn? Use Item. Dann geht das. Dann... Use Item. Ja, warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Hallo? Nein. Was ist jetzt passiert? Was ist los? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, gar nicht. Ich stehe hier einfach jetzt gerade nur. Kann ich nach links und nicht nach rechts. Ich kann mich umgucken und mit mir ist eigentlich auch alles okay. Ist so alles schwarz? Nein. Komisch. Vielleicht bist du einfach müde. Auch nicht. So. Ein Level up. So. Mir war kalt. Jetzt ist mir wahrscheinlich viel zu heiß. Ich baue mal lieber zwei Deck-Foundations. Ich möchte nämlich nicht mit dir in einem Zimmer wohnen. Ja, du furzt nachts immer so laut. Ja, genau. Das ist es. So. Was können wir denn Neues lernen hier? Schade. So. Eins, zwei, drei. Wände brauchen wir noch eine Tür. Also, wir brauchen Fett. Holz habe ich genug. Fiver. Hält mir mal hier. Ich soll mir nicht weg. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin hier oben. Ich bin jetzt am Feuer. Hier. Du guckst, hast gerade direkt auf mich geguckt. Also, wenn du jetzt vor dem Campfire stehst. Ja, jetzt einfach gerade aussaufen. Nein, stopp. Jetzt geradeaus. Nein, ein bisschen nach rechts von dir aus. Jetzt. Jawohl. Jetzt sollst du direkt auf die Zug. Komm hier nicht weg. Komm hier nicht weg. Hallo. Hallo. Oh. Vielleicht liegt es wirklich am Baum. Das ist ja weg. Das ist voll. Kann so sein. Deswegen sag ich. Komm auch. Ja. Doch, doch. Ich mache das gleiche mit dir. Glück. So. Ja, nehme ich die XP und die hat sie weg oder spart sie mal. So, wie sieht es denn mit meinem Essen aus? Ach, guck mal. Ich habe ja mein Essen weiter hoch gepusht. Es auch mal lieber mal das Miet. Das läuft nämlich auch in vier Minuten ab. Bevor es schlecht wird. Aber es läuft halt in vier Minuten ab, das ist blöd. Das ist wahr. Das sollten wir vermeiden. Aber ich habe jetzt so viel gegessen, sogar mehr als ich eigentlich hätte essen müssen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe immer so ein Auge auf die ferne Wildnis. So, wo sind sie denn? Was ist denn das für ein Viech? Wo denn? Wo sind sie noch hier oben? Ich bin immer noch da, wo wir jetzt gerade so quasi waren. Direkt da so hinter mir, rechts hinter mir. Siehst du das? Nee. Ich weiß auch nicht, wo du gerade bist. Ich bin hier rechts von dir. Ach da. Wo? Das ist ein komisches Viech. Wollen wir das mal töten? Nein. Warum nicht? Weil es nur gefährlich sein kann für dich. Ein Wild Male Fiomia, Level 24. Ich habe dir gleich sagen können. Einmal drauf geboxt. Warum habe ich das Gefühl, dass das dein Tod sein wird? Ich habe was im Maul gehabt. Oh, oh. Meine primitive Axt ist kaputt gegangen. Kannst du reparieren. Ach so, scheiße, genau. Gut, dass du es sagst. Ja. Besser reparieren, das kostet mich weniger Ressourcen als komplett neu zu brachen. Zu spät. Ich habe voll, hier kriege ich voll viel Fiber. Das ist cool. Dann sammelst du das Fiber, ich hole mir das Thad und das Wood. Und wie du da hinten ja siehst, haben wir ja schon unsere Bude ein bisschen weiter. Ja. Das wird eine richtig schöne Basis. Daraus kann man gut arbeiten. Bam, 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 bam. So. Ich brauche, warte mal, eine Wand habe ich jetzt schon, ne? Eine Wand. Und ich brauche zwei von denen, glaube ich. Eine Wall. Zwei Wände. Eins, zwei. Und eine Frame brauche ich. Und eine Tür brauche ich dann. Okay. Ich glaube, dann habe ich es. So. Dann gibt es euch zwei Türen. So. Da, 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 da. Und dann müssen wir da nicht, da drin nur noch die... Äh. Oh ja, viele Fiber. Sehr schön. So, hier der Frame und hier die Door. So. Nein, wir brauchen hier noch zu. Und hier noch zu. Und dann kommt hier die... Ne. Ja, falsch. Aber das könnte ich auch machen. Komm schon. Und die Fünf. Zumachen. Zack. Nochmal craften. So, ich glaube, das war es hier. Und jetzt brauche ich nämlich nur noch für uns entweder... Also ein Dach müssen wir noch machen. Mhm. Oh, ich bin so doof. Warum sind sie jetzt wieder doof? Ich habe zwei von denen. Na, egal. Oh, das Essen ist gleich schlecht. Brauchst du was zu essen? Dann brauche ich mal gerade das Fleisch, weil das ist ein Dach. Nein, ich habe es selber genug. Ja, 30 Sekunden ist schlecht. Guck mal, was sind wir sales von unserer Hütte? Sehr gut, ich habe jetzt mal das Ganze. Ja, schön. Also ich habe jetzt zwei Kämmerchen, ne? Ups, ich treffe die Tür. Guck, hier ist die nächste Tür. Da hinten. Geh mal weg. Geh mal weg. Ja. Wow. Jeder hat seine eigene Tür. Ich glaube, ich nehme das hier, wo du jetzt gerade reden bist. Okay, dann nehme ich vorne das. Dann habe ich nämlich immer einen schönen Ausblick auf den großen Dino vor der Bude. Dann würde ich sagen, crafte ich noch, als geht. Das war blöd, ich habe hier noch eine Tür gecraftet. Bitte? Weißt du das? Was? Das sind nichts. Muss ich das hören? Nein. Nichts Wichtiges, dann ist es gut. So, ein Storage Container. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Wood. Wood brauchst du? Ja, ich habe jetzt 95 Freiburg. Wie viel Wood brauchst du? Achso, ich habe gar keinen Wood. Das ist, dann denke ich mal, im Campfire. Ich bräuchte jetzt als nächstes. Mensch, hör doch auf, dass du ihn zu placen. Bis. Ich nehme mal das Wood. Ich möchte, dass das nicht mehr plays ist. Was soll denn das? Soll ich mal einen Storage Container machen? Jetzt. Ja, wäre glaube ich gar nicht so schlecht. Dann kannst du ja hier irgendwo hinpflanzen. Ist gemacht. Ich mache dir nochmal Schuhe. Ich habe nämlich auch weg. Oh, sehr nett von dir. Schuhe sind schön. Und dann können wir gleich nochmal kurz auf Dodo-Jagd gehen. Dann kann ich nämlich schon mal, also für eine Sleeping-Mad fehlen mir jetzt noch 5, 6, 7 Heights. So, Storage Container soll ich vor die Dings fahren? Ich würde sagen, vor die Hütte. Vor die Hütte. Vor die Schuhe sind ja echt professionell. Also nicht in die Hütte, sondern vor die Hütte. Wobei, doch kannst du auch in die Hütte machen. Kannst du hier ins Eck oder so. Man sieht jetzt natürlich schlecht, ne? Und... Interessant. Canplay Storage Container hier ist obstructed. Ja, wahrscheinlich musst du das unten platten oder so. Ja, dann müssen wir es doch... Hier, direkt neben dem kaputten... Ich stelle es jetzt hier direkt hin. Boah! Tada! Storage Container! Klasse! Sehr schön! Das finde ich ja schön. So, brauchen wir noch was? Zack, hier kann ich mal einen komischen... Ja, so ein bisschen leer machen. Glaube ich mach mal ein Torch. Also ich will... Das ist ja eine coole Idee. Eine schöne... Dabei kann man die auch hier irgendwo placen, dass die fix ist? So, zack! Die kannst du nur mit dir schleppen, ne? Ja, die kann ich nur mit schleppen. Schade. Warte mal, komm mal ein bisschen näher zu mir. Es ist gerade kalt. Danke! Ey, die schlagen! Oh, sorry. Ey! Kriegst keinen Schaden, oder? Ja, ich glaube nicht. Soll ich nochmal probieren? Alter, wie das aussieht bei dir. Voll krank. So! Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz auf Dodo-Jagd, wenn's geht. Gut, ich bin der Fackelträger. Das ist gut. Guck mal, wie krass das leuchtet. Wie krass... Warum leuchtet das denn hier? Komisch. Ich hoffe, die Dodo's kommen hier wieder. Obwohl ich ihn, äh, tortsch trage. Aber ich kann immer noch sammeln, nebenbei. Das geht. Ich hab 5 Fiber gesammelt. 5 Steine. Ich find's ein bisschen schade. Ich hoffe, die Dodo's kommen hier wieder. Sonst sag mal, sonst willst du mal wieder hier quer durch die Pampa rennen. Der ist ein bisschen groß, der Dino. Ich will den mal anbrennen. Dann kann man den ein bisschen grillen. Pass auf, wenn der durchdreht, können wir... Au! Was ist jetzt passiert? Ich hab Schaden bekommen. Ich auch. Bist du tot? Oh, Mist. Der schlägt mit seinem Schwanz aus. Aber hallo. Du bist ja ne Olme. Wieso hast du denn auch angegriffen? Ich hab nicht angegriffen. Ich wollte nur anfackeln. Ja, genau. Ist ja nicht... Ist ja ungefähr gleichgesetzt mit angreifen. Oh, ich bin tot. Oh Gott. Was hab ich denn getan? Du hast dir mit dem größten Lebewesen angelegt, das du finden konntest. Scheiße. Und jetzt hab ich alle meine Sachen verloren. Nein! Das ist echt schlimm mit dir. Ich bin einfach zu mutig. Kann man so sagen. Wenn die vorher mal den Storage-Container jagen sollten. Das Problem ist... Ja, du wirst mit gleich fragen. Die Frage ist, wo bist du jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß wirklich auch nicht. Ich weiß nicht, kann die Sleeping-Mette... Ist sie zum Schlafen da? Ja. Ach, das ist ein Respawn-Point. Okay, weißt du zufällig, wo du bist? Oh, ich hab ein Dodo hier. Ich hab hier noch nicht einen komischen Dino. Ich weiß nicht, ob der angreift oder nicht. Das ist groß und schwer. Nein, was? Fiomia. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich renne mir einfach direkt vor der Schnauze rum. Ich hoffe, das stört den nicht. Oh, so. Wo bin ich jetzt? Ich bin überall auf der Suche nach einem Dodo, aber ich find keine. Ich hab grad eingekillt. Na, das hilft mir halt leider relativ wenig. Damit würde ich nur sagen, ha, ha. Dass der Brachiosaurus so aggressiv wird, nur weil ich mal mit einer Fackel nach ihm geschlagen hab. Na ja, also mich hätte ich auch nicht grad gefreut. Der stellt sich auch an. Tee. So. Also, ich bin am Strand. An welchem? Verdammt, die Viecher schon wieder. Na ja, wir sind jetzt immer halt auf einem... Jetzt haben wir das Problem, dass wir halt irgendwie... Also, ich bin jetzt da wieder bei diesem riesen, grünen Ding da. Dann bist du ja nicht weit weg. Denke mal. Ich glaub, ich bin einfach nur auf der anderen Seite wie vorher. Ich würd gern ein paar Dodos töten, aber ich find keine... Stopp, 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 stopp. Sind die etwa schon ausgestorben? Das kommt nicht. Ja, man weiß ja nie, ne? Ich frag mich grad, was diese komischen Säulen sind. Äh. Wär mal interessant, ne? Da hinten ist schon wieder so ein blöder Dilophosaurus. Und nein, jetzt werde ich wieder geboxt, hier von irgendwem. Ich weiß nicht. Schwimm schneller, du Idiot. Huch. Warum wurde ich denn jetzt geboxt, grundlos? Ich hab so ein bisschen Angst, da hinzugehen. Diesmal hab ich wirklich niemandem was getan. Irgendwie kann ich dir da nicht so ganz glauben. Mensch, wo sind die Viecher denn? Dafür, okay. Jetzt fängt's aber an zu pissen. Äh. Äh. Was ist äh? Tja. Oh, ein Dodo. Wozu Hölle bist du, dass du die ganzen Dodos bekommst? Hallo? Hallo? Jetzt. Also, ich bin dafür, dass du die Dodos tötest und mal vorbeibringst. Ja. Was ist ja nix. Äh. Bist du grad im Wasser? Ähm. Ich bin grad kurz davor, ins Wasser zu gehen. Spring mal kurz. Jetzt. Ja, ich seh die schon. Wo bist du? Äh. Wenn, ganz hinten rechts, also rechts von dir irgendwo. Rechts von mir. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ich probier's mal. Jetzt cool ist eins. So. Also, irgendwie. Wie viel Dodofedern hast denn du jetzt bekommen? Nicht viele. Wie viele? Ich guck. Es fehl mir. Dodofedern. Es fehl mir sieben. Ich hab gar keine Dodofedern bekommen. Ich fände grad auf. Nur Fleisch. Ist doof. Weil ich auch nur mit den Händen hier. Hm. Warum auch immer. Ich hab Waffen. Nicht. Dadadadada. Wo bist du jetzt? Rechts von dir. Also jetzt zieh hinter dir quasi, links. Hinter mir. Auf der anderen Seite vom Strand. Okay, also muss ich jetzt nochmal einmal drüber stimmen. Bist du mich? Ah, ja, ja. Schön. Hast du ein bisschen Holz für mich oder Stein oder sowas? Wieso? Wieso? Weshalb? Warum? Du musst mir ein paar Waffen krassen. Ich hab ja alle meine Waffen noch verloren. Ja, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Das ist krass, was ich gucke mir gerade mal durch, was man hier noch so alles erfinden kann. Das ist schon... Ganz Menge. Man kann sogar eine Knarre erfinden. Mhm. Ich frag mich zwar, was für Materialien dafür dann benötigt werden und wie du das... was du willst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zurück zu unserer Hütte. Ich finde das scheiße, dass ich jetzt tot geworden bin. Tot geworden bist? Ja. Sehr gutes Deutsch, ich weiß. Also ich weiß nicht. Irgendwie hast du es ja nicht anders verdient, wenn du dich mit dem so... Ich hab doch nur geguckt, wie er reagiert, wenn man ihn anzünden will. Wie würdest du denn reagieren, wenn man dich anzündet? Nein, ich... Ich wär ganz lieb. Was brauchst du eigentlich für die Dinge? Äh, was? Für die Kleidung. Ähm... Warte, ich muss grad noch das. Ich kann dir gar nicht schrafen, wenn ich vielleicht kein Holz abkomme. Ja, Holz wär nicht schlecht, ich weiß nämlich auch. Ähm, Kleidung, da brauch ich... Fiber, ganz viel Fiber. Ich hatte eben 96 Fiber, die hab ich alles voll. Ich hab dir mal 24 Fiber da reingeschmissen. Ähm... Ja. Ich hol mal kurz Holz. Toll. Das Fleisch ist weg. Kann sein, dass ich vielleicht was gedroppt hab, weil ich nicht geschraubt bin. Bitte? Kann sein, dass ich vielleicht was gedroppt hab, weil ich nicht geschraubt bin. Äh, ich muss gestehen, ich hab mich nachgeschaut. Weil mir das Viech irgendwie ein bisschen zu aggressiv war. Aber ich kann mir nicht erklären, warum. Ich mach mal eine Standing-Touch. Ja, das kannst du machen. Und ich mach ne Flagge für unsere... für unsere Tribe. Ne, dafür. Ach, bist du grad am... am Entdecken? Ja, ist ein bisschen. Ich sag mal, da kann ich schon. So. Äh... Drop Item. Drop Item. Aha, wunderbar. Vielen Dank. Würde gern geschehen. So. Zack. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt noch... paar Dodos. Ach genau, dein Fiber. Gib mal mal... Ach so, du hast ja gesagt, du hast ganz bekannt. Ja, ich hab ja mal... mein ganz Fiber leider verloren. Das waren 96 Stück. Oh, das ist schade. Nein, ich habe noch nichts mal. diese Federn halt, meine ich. So, ja, da hab ich ja leider nichts bekommen. Schade. Macht aber nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge auf Wanderschaften suchen ein bisschen nach Dodos. 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 Und machen jetzt eine kurze Pause. Was sagst du von Daily? Äh, ja. Gut. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.